Bundesamt für Bekämpfung von Cyberkriminalität begrüßt hier das Funktionieren Ihres Computers unterbrochen aus Anzeichen von nicht erlaubtem Cyberaktivismus. Unten können Sie alle möglichen Verstöße sehen, die Sie wahrscheinlich begangen haben. Alle Operationen, die man auf diesem Computer durchführt, werden gespeichert. Wenn Sie Webkamera gebrauchen, werden Videos und Fotos für Identifikation gespeichert. Aufmerksam! Die Strafe sollte im Laufe von 48 Stunden bezahlt werden, sonst wird das Computer einträgeln nicht möglich. In diesem Fall werden Sie vor Gericht gestellt.